Thenkmar aus dem sächsischen Geschlecht der Liudolfinger war der älteste Sohn des ostfränkischen Königs Heinrich Sy. Aus dessen erster Ehe mit Herdeburg von Merseburg. Heinrich I. schloss seinen Sohn Thenkmar bereits zu Lebzeiten ausdrücklich von der Thronfolge aus. Damit setzte sich Heinrich I. in offenen Widerspruch zur fränkischen Tradition, die eine Aufteilung der Herrschaft unter den männlichen Nachkommen vorsah. Diese Übergehung und die Vorenthaltung des mütterlichen Erbes brachten Thenkmar zunächst in Opposition zum Vater. Nachdem Thenkmar's Halbbruder, der neue König Otto I., ihn neuerlich überging und die Legation, also den militärischen Oberbefehl an der Saale und der mittleren Elbe, an den späteren Markgrafen Gerow vergab, verbündete sich Thenkmar mit dem Grafen Wichmann sowie Herzog Eberhard von Franken gegen den König und stürzte Ottos Königsherrschaft gleich zu. Beginn in eine tiefe Krise. Thenkmar brachte die Burg Belecke bei Warstein in seine Gewalt, wo sich sein Halbbruder Heinrich verschanzt hatte, den er dem Frankenherzog auslieferte. Da aber beim Kampf um Burg Belecke gebrat, denn er für das Schwabenherzogs Hermannie gefallen war, stellte sich Hermannie nun hinter König Otto I. und spaltete damit das Lager der Konradiner um Thenkmas Verbündeten Eberhard von Franken. Wichmann söhnte sich wenig später mit Otto aus Thenkmar. Er ergab sich am 28. Juli 938 auf der Irisburg dem Markgrafen Hermann Billung, wurde aber von den Männern des Markgrafen in der Burgkapelle angegriffen und hinterrücks mit einem Speer durchbohrt. Eberhard von Franken, der nun isoliert war, unterwarf sich daraufhin ebenfalls dem König, wurde verbannt. Kurze Zeit danach aber begnadigt und wieder in seine Ämter eingesetzt. Leben Thenkmar war etwa sieben bis zwölf Jahre älter als Otto I. Er war Sohn von Heinrich und seiner ersten Frau Herteburg, der Tochter des Mersebürgergrafen Erwien, die der König nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen der Besitztümer geheiratet hatte. Das Mersebürgergebiet liegt mit den reichen Gütern im Hassegau mit dem Zentrum Seeburg an den Mannsfelderseen und im Friesenland zwischen Harz, Saale und Unstrut. Allerdings war Herteburg bereits auf dem Weg, Nonne zu werden bzw. war es bereits, weswegen der Bischof von Halberstadt protestierte. Heinrich wehrte sich zunächst erfolgreich gegen den Bischof, nahm aber dessen Argumentation auf, als er sich in die schöne, reiche und hochartige Mathilde, eine Nachkommenherzog wie Dukens, verliebt hatte und einen Trennungsgrund benötigte. Nach drei Jahren Ehe schickte er Herteburg zurück ins Kloster, ihr Erbe behielt er. Auch wenn die Verbindung später annulliert wurde, konnte Tenkmar sich nach sächsischem Recht als vollbürtig betrachten. Deshalb stand ihm wenigstens der Besitz seiner Mutter zu, wenn nicht sogar auch, nach dem Prinzip der Universal-Sukzession, Teile des väterlichen Reiches. Das Testament Heinrichs Sieh war zwar nicht eindeutig bezüglich der Thronfolge, schloss Tenkmar jedoch relativ klar davon aus. Da er mit Teilen des mütterlichen Besitzes bzw. anderweitig abgefunden wurde. Graf Siegfried von Merseburg starb im Jahre 937. Die Grafschaft war Teil des Gebietes, das Herr Therburg in die Ehe gebracht hatte. Und Tenkmar erhob Anspruch darauf, da er auch mit dem Grafen verwandt war. Otto aber gab es an Siegfrieds jüngeren Bruder Gero, was Tenkmar verärgerte. Aufstand gegen Otto I. Otto I. hatte 936 über die Benennung eines neuen Heerführers zum Grenzschutz an der unteren Elbe zu entscheiden. Seine Wahl fiel auf Hermann Billung. Darüber war dessen Bruder Wichmann erbost. Da ihm seiner Meinung nach als dem Älteren und Ranghöheren der beiden, er war mit einer Schwester Mathildes verheiratet, dieses Amt zustand. Wichmann entfernte sich mit der Entschuldigung, er sei krank, vom Heer, das sich gerade auf einem Slavenfeldzug befand. Er war der Erste, der vom König abfiel. Wichmann wird von Widukind von Kowell als ein mächtiger und tapferer Mann beschrieben, kriegserfahren und intelligent. Eberhard von Franken hatte von seinem Vasallen Bruning aus dem Stamm der Sachsen die Huldigung verlangt. Die dieser aus Stolz mit der Begründung verweigerte, als Sachse habe er nur noch dem König zu dienen. Eberhard begann mit Bruning eine Fede, brannte die Burghelmer nieder und tötete alle Bewohner. Der König war über diese Selbstjustiz erzürnt. Verurteilte Eberhard zur Abgabe von Pferden im Wert von 100 Pfund und seine Heerführer zur schimpflichen Strafe des Hundetragens. Mit dieser Strafe wollte Otto das Recht des Adels auf Fede und Selbstjustiz aus beleidigter Ehre eindämmen. Womit er allerdings in Widerspruch zur damaligen Rechtsauffassung seiner adligen Umgebung stand. Weshalb Eberhard diese Strafe nicht einsah und sich gedemütigt, also zu Widerstand herausgefordert fühlte, um seine Ehre wiederherzustellen. Eberhard gehört zur Familie der Konradiner und war der jüngere Bruder Konradzi. Er war zur damaligen Zeit eine wichtige Persönlichkeit, galt als Königsmacher und hatte großen Einfluss. Durch seinen Thronverzicht war Heinrich I. an die Macht gekommen. Otto wollte Eberhard wohl in die Schranken weisen. Auch wenn die Tat im Sinne des Königs gewesen sein mag, so handelte Eberhard doch als autonome Zwischengewalt. Durch die Strafe bekräftigte Otto die Zentralgewalt des Königs. Otto I. Diese Art der Vergabepolitik war typisch für Otto I. Sein Herrschaftsstil unterschied sich stark von dem seines Vaters. Heinrich I. hatte sich untergleichen hervorgearbeitet, war primus inter pares. Bei der Vergabe von Ämtern und Lehnen spielten Schwurfreundschaften eine große Rolle. Fürsten waren amici. Otto hingegen hatte ein anderes Herrschaftsbewusstsein. Er stand dem Adel vor. Die Personalpolitik des Königs führte zu großer Unzufriedenheit innerhalb der sächsischen Großen. Thenkmar nahm Kontakt mit Eberhard und Wichmann auf. Thenkmar belagerte die Festung Belecke, in der sich sein Halbbruder Heinrich aufhielt. Heinrich wurde von Thenkmar verschleppt. Da aber beim Kampf um Belecke gebrat der Neffe des Schwabenherzogs Hermannie. Gefallen war, stellte sich Hermannie. Nun hinter König Otto I. Und spaltete damit das Lager der Konradiner. Das nächste Ziel war die Eresburg, die Thenkmars Stützpunkt für Raubzüge wurde. Hier trennte sich Eberhard von Thenkmar und nahm Heinrich mit. Er ging nach La. Der Wettiner Didi starb bei der Belagerung Eberhards vor den Toren. Dies war der Grund für Wichmann, von den Verschwörern abzufallen und zum König zurückzukehren. Der König war über das Geschehen nicht erfreut und zog laut Widukind unwillig im Juli 938 nach der Eresburg. Als Thenkmar seinen Bruder mit dem Heer sah, zog er sich in die Festung zurück. Die Besatzer sahen das Heer und öffnen am 28. Juli 938 die Tore. Thenkmar flüchtete in die Kirche. Die Männer Heinrichs folgten ihm. Er stand vor dem Altar und legte seine Waffen und seine goldene Halskette dort nieder. Was ein Zeichen für den Verzicht auf alle Ansprüche darstellte. Thiat Bolt, einer der Angreifer, verletzte ihn, was Thenkmar ihm zurückgab. Ein Vasall namens Meinche tötete ihn durch das Fenster mit einem Speer und raubte die Kette und die Waffen. Als Otto dies hörte, war er bestürzt und trauerte um Thenkmar. Dessen Getreue allerdings bestrafte er mit dem Tod. Eberhard war nun isoliert. Er warf sich zu Heinrichs Füßen und bat um Verzeihung. Heinrich vergab ihm unter der Bedingung, wie es nach Widogind heißt, dass er ihm die Königskrone auf schändliche Weise beschaffen werde. Heinrich legt bei Otto ein Wort für Eberhard ein. Dieser wurde für einen Monat auf die Burg Hildesheim verbannt und schnell rehabilitiert. Diesen Schwur löste er im Aufstand Heinrichs gegen Otto I. ein. Er wurde für einen Monat auf die Burg Hildesheim verbannt.